Wenn ihr eure Earpods nicht richtig in ihre Verpackung bekommt, weil ein Teil des Kabels übersteht, dann legt ihr es meistens daran, dass ihr sie nicht richtig aufrollt. Ich zeige euch, wie ihr es richtig macht. Zuerst nehmt ihr den linken Kopfhörer und legt ihn in die für den vorgesehene Mulde. Dann legt ihr das Kabel ein halbes Mal in die Verpackung herum und führt es durch die Mikrofonaussparung wieder nach unten. Als nächstes legt ihr den rechten Kopfhörer in seine Mulde und führt das Kabel wieder ein halbes Mal in die Verpackung herum. Dann legt ihr das Mikrofon in seine Aussparung. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch, rumwickeln bis ihr fertig seid. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig. Also jetzt noch Deckel drauf und hoffen, dass alles passt. Bis zum nächsten Mal.